Hallo meine Lieben! Einfach mal so ein kurzes Video für zwischendurch. Ich habe jetzt gerade auf meinem Vlog-Kanal parallel zu diesem Video meine große Liste, also Tom und ich haben da was gedreht, so Sachen aus dem Einzelhandel. Wir haben einfach mal den Einzelhandel parodiert, Tom und ich zusammen und hier soll es einfach mal die Outtakes dazu geben. Es ist selten genug, dass in meinen Videos irgendwelche Outtakes auftreten, meistens weil entweder ich die Video vorskripte oder selbst wenn ich mal irgendwie frei rede, passen mir halt eigentlich selten überhaupt Versprecher und wenn dann einfach keine witzigen Versprecher und wenn man alleine dreht, passieren einfach keine Pannen. Diesmal haben wir aber zusammen gedreht und dann passiert eigentlich immer irgendwelche witzigen Sachen und deshalb gibt es einfach jetzt mal ein paar Outtakes, einfach mal ein bisschen was zu lassen. Seht ihr, Versprecher passieren mir durchaus, aber gut, es gibt witzigere Sachen und das gucken wir uns jetzt, würde ich sagen, einfach mal an. Und ja, Daumen nach oben und so, denkt dran, guckt auf jeden Fall euch das Original-Video einmal an und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, ciao! Moin, kann ich Ihnen helfen? Ja, wenn Sie schon fragen, können Sie mir irgendein Wein empfehlen? Ja, tatsächlich kann ich Ihnen einen Wein empfehlen. Hier haben wir einen lieblichen Dornfelder, der ist super geil. Ja, natürlich. Okay, muss ja authentisch rüberkommen. Ja, ja, also eine Pause, erst so, scheiß Wein. Ja, ja, na klar, kann ich Ihnen helfen. Okay. Ja, moin, kann ich Ihnen helfen? Ja, aber wenn Sie gerade schon da sind, können Sie mir irgendeinen Wein empfehlen? Ja, selbstverständlich kann ich Ihnen einen Wein empfehlen. Du hast gelacht. Du hast angefangen. Nein, gar nicht. Ach, okay, Schamme. Irgendwas denken, wenn ich dich angucke. Ach, okay. Ja, moin, kann ich Ihnen helfen? Ja, hat eine Alternative zu Rotwein noch. Ja, da haben wir den guten Griechischen. Der kommt immer super. Ich weiß, den haben Sie bestimmt schon mal gegessen. Ja, okay, aber war super. Der Cut kommt dann an dieser Stelle schon. Ja, manchmal ist das so. Das ist mir wirklich leid. Na, trotzdem danke für die Impfung. Ach, kein Problem. Schönes Wochenende, Missgeburt. Nein. Du sollst dich genau wie auf deine Arme durchführen, ey. Ja, dann muss ich wohl in einem anderen Laden kaufen gehen. Ja, deine 320, die töten uns. Das ist der Verlust des Jahrhunderts für Riedel. Milliardenkonzert. Die glauben, das hat schon mal gut geklappt. Die drei. Das muss ich mal angucken, weil ich habe, glaube ich, einmal kurz in die Kamera geguckt. Dann machen wir eh noch mal. Wir drehen eh noch mal. Ich glaube, das war super. Wo ist denn hier die Grillpfanne aus dem Angebot? Äh, dürfte ich mal? Ja. Ich glaube, das wird super, wenn ich da so reingucke. Ja, diese Grillpfanne, ja. Das war so witzig, oder? Hm, herrlich.